Auf Quality BC Francisco, einer der bekanntesten Kuhfamilien weltweit. Sie überzeugen durch Schauerfolge, eine nach dem anderen, nicht nur in Kanada, so in den USA, sondern auch in Deutschland. Eine bekannte Schaukuh, Enkisco und Winfrancy, Sie sehen hier im Katalog. Eine Kuh, die wirklich hervorragend ist, die durch ihren Typ besteht, die jetzt in die Schweiz verkauft wurde. Es ist eine der ersten Möglichkeiten, Nachkommen aus Quality BC Francisco in Deutschland zu bekommen. Goldsan, ein Bulle, der zur Zeit wirklich mit hervorragenden Töchtern überzeugt, mit hervorragenden Töchtern überzeugt, die hervorragende Euter besitzen. Lot number 18, G.L.H. Goldtongue Faisal. What a beautiful Heifer on stage. One of the first opportunities to get a Heifer from the BC Quality Francisco family. She's going back to the Quality BC Francisco Cow. She's scored next on 96. What a beautiful Heifer here. Beautiful Heifer right back. Maxwell Francisco, what are you going to get four? Five thousandreibner, Gold Generally. What is it saying, one number four, three, stop it, quick and go. What it on, Der眺ern, Gold 25 25 25 35 35 32 32 35 37 37 37 37 37 37 36 36 36 35 36 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 37 37 37 37 Erikas in 36 now 37 Jede 36 um 37, 38 37 is in Bid, now 38 You already heard that now, you want to be 30 37 is in Bid, now 30 Even to get 30 100, a moment I'm going to stand at 30 100 under At 37 is in Bid, now 30 Even to get 30 100 on a moment I'm going to be 38 At 37, 100, now 38 Call on the 해, we get 37 Now 38 At 37 is in Bid, now 38 Now an' I hayand Solder head next way 3,700